ja herzlich willkommen und heute öffnen wir ein pack ja ein pack mit the fun flow ja und wir waren ja etwas frustriert und dann haben wir uns aus frust ein 15.000 weg gekauft und dann seht einfach selber ja ich dieses pack opening mini pack opening sag ich jetzt mal ist nach kommentiert ja deswegen freuen wir uns jetzt hier auch nicht so doll ich dachte mir nur wenn wir schon aufnehmen dann müssen wir euch das auch zeigen und bei hander haben wir gezogen in den letzten zwei minuten happy hour mal wieder ja also happy hour war diesmal sonst ich ja eigentlich meistens nie in der happy hour einen blauen spieler aber heute sollte es mal sein und wir wollten gerade gegen platin sam spielen aber die hatten einige technische probleme ja da hing das mikrofon etwas und deswegen müssen wir das verschieben das tippspiel findet ja trotzdem noch statt und dann wird das spiel auch innerhalb der nächsten woche hoffentlich wird stattfinden wird wird und ich bin gespannt wie viel bei hander wert ist der spielt bei dem meister montpellier ist meister geworden ja das erste mal in der liegt und da bin ich mal gespannt drauf wie viel wert der sein wird wir gucken jetzt erstmal nach na ja und ich ja hier seht ihr es noch mal ultimate team happy hour nicht so besonders und was kann man noch sagen ja wollen wir mal wieder ein neues video machen wenn ihr das sehen wollt schreibt es in die kommentare ja immer doch und dann können wir auch wieder genug scheiße labern wir würden uns freuen wenn wir das machen dürften ja klar und vielleicht der ein oder andere freut sich dann auch mit und wir sehen es hier bellhander 129.000 mann geil ist das bitte ja ich habe den preis schon vergessen deswegen muss ich hier noch mal kurz nachgucken ich würde sagen damit haben wir 15.000 mal wieder raus genau und dann würdet ihr oder werdet ihr wahrscheinlich wieder alle sagen du locker du scheiß huren sohn ja es gibt viele pack openings wo es nur ein so ein mülge zu ja also ich die letzten beiden die gingen gar nicht selber selber du bist ein spost ja dann noch mal ashley young in form braucht schon aber das war ja alles nur glück und ich zeig euch natürlich auch meistens nur die besten sachen ich öffne meistens auch nur scheiße und zieh auch nur kacke aber und hier seht ihr noch mal unser also beziehungsweise sein skidder team wir haben ja wir haben das ein bisschen verändert rede weiter wir haben velhander in den sturm gesetzt also haben ihn ein wenig bearbeitet wir haben ihn durchgenommen und dann als stürmer eingesetzt mit der formation 433 genauso wie neymar jetzt als zentralen mittelfeldspieler agiert und wir wollten einfach nur fragen ob ihr eine idee hättet wenn wir jetzt nene rechts für hulk oder hulk ersetzen werden vielleicht wäre das dann besser aber das wollten wir von euch hören und deswegen fragen wir euch und mal schauen was ihr da posten werdet und ich werde euch natürlich den kanallink von the fun flow in die beschreibung setzen also abonnieren kommentieren daumen hoch für die euro gerade reden und wir haben jetzt auch so ein ding ins gerät hdpvr haben sie sich gekauft und da werden wahrscheinlich oder werden es richtig geile videos geben tschüss bis zum nächsten mal haut rein